diese wale möchte ich euch zeigen wie die gemacht werden also bis gleich also für meine wale die habe ich in zwei verschiedene größe gibt sie macht das hat aber mit wolle zu tun das zeige ich euch da brauchen wir ich wollte diese größe jetzt machen erzählt er besser wie die kleine baumwolle dann eine häkelnadel da habe ich größe 2 dann hier habe ich filz drunter und dann solche steckaugen ihr könntet sie jetzt auch sticken je nachdem wie ihr wollt wenn das jetzt für kleine kinder wären die auge nichts die verschlucken die vielleicht dann ist es besser als sticken dann habe ich hier dieses weiße garren für die hier habe ich den rosa damit meine kostet kontrast besser sieht für den mund zu machen hier ist einmal in grad und einmal in schräg dann bastelwatte etwas natürlich gleich meine anleitung und jetzt wollte ich euch noch zeigen warum das kleiner ist als diese hier habe ich mit diese dünnere wolle gehäkelt deshalb fällt die kleiner aus aber die anleitung ist immer dasselbe also fangen wir mal an der auge burscht da bleiben faden ring und sechs feste maschen also faden ring und um den finger rum faden holen und jetzt sechs feste maschen als einmal festmachen und dann 1 3 4 5 6 jetzt ziehen wir dieses zu und dann nehme ich hier einen kontrast faden und nehme ich da am besten weiß den lege ich hier rein damit ich immer weiß wo anfang und ende ist so hier rein jetzt kommen die nächste in jede feste masche 2 also direkt in die erste kommen 2 rein und in alle sechs und wieder rein dann haben wir da zwei hier auch wieder zwei und so machen wir das rundherum dann haben wir zwölf und jetzt in die zweite 2 18 in jede dritte 2 24 die fünfte und siebte bleibt und das mache ich jetzt zuerst und dann zeige ich euch wie ich das meine in der mitte 2 zwei feste maschen zusammen okay bis hier mache ich jetzt jetzt habe ich hier bis zur siebten reihe und hier habe ich bis zur mitte also jetzt sind ja 24 feste maschen jetzt habe ich hier zehn stück jetzt wäre das hier soweit die mitte und da kommen jetzt zwei mal zwei feste maschen zusammen einmal die nächste noch mal so das wären zwei zusammen so das wären dann zwei zusammen jetzt häkel ich weiter bis zum schluss und dann kommt eine hier waren wir an die 22 dann kommt die neunte und zehnte reihe auch 22 und dann nochmal in der mitte zwei mal zwei zusammen und die zwölfte bleibt 20 und dann kommt anfang und ende aber das dann mache ich bis hier und dann zeige ich euch anfang und ende geht eigentlich ruckzuck mein wahl okay bis gleich so jetzt habe ich den körper mal fertig hinten habe ich offen gelassen das können wir nachher da brauchen wir gar nicht für nähen einfach rein stecken hier rein dann ist es weg okay jetzt hier die flossen habe ich auch schon fertig das ist auch ganz einfach wie hier am anfang faden ring da kommen aber vier feste maschen anstatt sechs und dann verdoppeln zum acht und dann jede zweite zwei und vier und fünfte reihe wiederholen die zwölf und in der sechste reihe jede zweite dritte zusammen doch dort haben wir jetzt zweimal das ist nachher die seite so jetzt kommt hinten der schwanz dieses teil wird zweimal gehäkelt das habe ich jetzt zweimal einmal müssen wir leider abschneiden ohne zweiter mal lassen wir es jetzt hier so dran das muss man nämlich jetzt zusammen häkeln also hier ist ja das dann in mitte da gehen wir hier rein holen den faden und häkeln das denn jetzt hier zusammen so und jetzt gehen wir das ganze rum das werden so 24 maschen sein jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir hier das ja hier mit zusammen da lege ich aber jetzt mein gedächtnis faden wieder rein damit wir nachher wissen wo da der anfang ist wir müssen ja immer rum häkeln und sonst verlieren wir irgendwie den überblick so also hier ist immer anfang und ende und jetzt gehen wir hier rein und häkeln da zusammen jetzt geht es wieder hier rum so jetzt habe ich das hier einmal rum gehäkelt jetzt kommt die 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 das war hier die vierte reihe 24 sie einmal rum und in die fünfte reihe kommt in an jeder seite zwei zusammen also wir häkeln jetzt bis hierhin bis zur seite noch eine und hier tun wir zwei also zwei feste so zu einer zusammen dann weiter und halt an jeder seite zwei habe ich geschrieben muss ich ja noch mal also noch mal so zwei zusammen so eine braucht bloß ja also eine ja so jetzt weiter und da häkeln wir hier in der mitte auch in die nächste reihe müssen wir erst hier zwei auch zwei zusammen aber jetzt vorerst nur an der seite hier wieder die zwei zusammen ok jetzt habe ich doch mein gedächtnis faden verloren da ist auch nicht so schlimm so jetzt sind wir ungefähr hier in der mitte da nehmen wir zwei wieder zusammen so seht ihr dann jede in die mitte und hinten zwei zusammen jeder seite also diese und diese zwei zusammen und hier wieder die und das machen wir bis zur siebten reihe und dann abschneiden und bisschen länger lassen weil das wird dann hier hinten hier dran genäht und die flosse hier dran genäht ok das machen wir jetzt zuallererst so jetzt brauchen wir nur noch die augen ich habe das jetzt hier ihr müsst das von oben runter zählen die reihe damit ihr hier die genau in die gleichen bekommt jetzt die augen und zwar schneidet dann schneidet ihr so ein filz rund aus und das legt ihr jetzt so über das eck und schneidet die spitze da aber nur ganz eben die spitze ab so dass ihr dieses teil hier rein steckt so und dann guckt ihr jetzt mal wo ihr die augen haben möchtet so und jetzt auch hier wieder gucken dass er in dieselbe reihe kommt so jetzt kommt der mund dran möchtet ihr den gerade oder warte hier oder so schräg das ist jetzt das kann man jetzt machen was einem am besten gefällt ich würde jetzt gerade dann steckt er hier rein und hinten wieder in dieselbe reihe damit ihr dann auch genau da habt habt so rein und dann nimmt er eine feste masche dann die nächste feste masche so habt ihr das denn der mund fertig und dann werden wir fertig ich möchte mehrere fische machen und und auch blumen und und gräser ich möchte davon so ein aquarium machen aber ich mache jeder film extra dann könnt ihr damit immer wenn ihr was einzeln machen möchtet wie dieses hier der kleinen könnte die als schlüsselanhänger wunderbar machen hier oben so einen kleinen schlafen und dann öse sieht er auch gut aus so jetzt zeige ich euch noch mal meine anleitung tut es auf vollbild und schreibt es ab hier habe ich euch noch mal zum zeichnung gemacht also dieses zweimal und denn so rum und oben hier ist noch mal die seiteflosse so ok das wären jetzt meine drei die ich jetzt fertig habe unser baby war ok und wenn es euch gefallen hat geben sie uns einen daumen nach oben und über jedes abo würden wir uns freuen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal